Hallo und herzlich willkommen zu Don't Starve. Warum spricht es eigentlich immer so aus? Man weiß es nicht. So wie ihr seht hier unten, das letzte Update war vor drei Tagen und das nächste sind neue Tage. Das heißt wir haben wieder etwas neues gelernt, also es ist wieder etwas neues passiert im Spiel. Ich habe keine Ahnung was, aber das macht ja auch nichts. Ich muss mal ganz kurz auf die Uhr gucken. Wir haben also bis 20 nach ungefähr, alles klar. So, ich muss ja ungefähr gucken was wir aufnehmen und wie weit es ist. Ready to play. So, es ist gerade Tag geworden. Wir spielen immer noch diese Tuse hier. Und wir wollten auch immer noch irgendwie mal so. Das sind die Felder, okay. Da habe ich die Mining gelegt. Charcoal. Schon wieder fast in der Woche nicht gespielt, das heißt ich muss mich jetzt mal ein bisschen umorientieren. Und wenn ich mich nicht irre, ist auch das hier die Weihnachtsfolge. Ich könnte mir auch ehren, ich muss mal ganz schnell, ich gucke mal ganz schnell nach. Don't stop, don't stop, don't stop, doch es müsste heute Montag sein. Das heißt, ich wünsche euch allen frohe Weihnachten. Habt Spaß an dem Fest. Habt Spaß an dem Fest. Also ich wünsche euch allen frohe Weihnachten. Ein gesegnetes Fest und ich hoffe ihr feiert im Familienkreis und ja. Oh, Bienen, 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 wo ist mein... Was machen die hier? Wo kommen die jetzt her? Also nichts, die mich stören würden, aber... Habe ich noch einen Kescher irgendwo? Ne, habe ich nicht. Kann ich mir einen neuen bauen? Ich würde gerne einfangen, wenn ich schon hier rumgeistern. Ich bin letztes Beispiel gebraucht dafür. Cool, was machen die hier? Man weiß es nicht, ich habe nur ein Spiel. Hm, doof. Doof, 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 doof. Habe ich nicht pausen hier? Ich wollte gucken, ob ich hier noch irgendwo spinnende Nähe habe. Ne, nur da drüben. Na komm, dann hau ich euch kaputt, ist auch egal. Was habe ich in der Hand für eine Waffe? Pickaxe. Ne, wollen wir mal hier die richtigen... So, wo ist er denn? Wo ist das mein eigenes Spinnen? Äh, mein eigenes Bienen. Habe ich schon so ein Bienending gebaut, ne, oder? Noch nicht. Oder? Eigentlich können die auch hier rumfliegen, die tun mir eigentlich gar nichts. Außer, dass ich meine Fallen reinfliegen. Da ist ein Morsel. Noch ein Morsel. Danke. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier genau machen. Aber da ist gerade Gras gewachsen. Ich hau mal ja von Morsel zu Brei. Einfach nur, weil ich, ähm, ich habe mal wieder was zu essen brauchen. Set Trap. Set Morsel. Hut ruf. Heb ruf. So. Glaube ich auch noch Morsel. Gut. Hm. Geh ne Ahnung. Ähm. Ach, ich wollte auch hier, ich habe auch Steine gekloppt glaube ich. Wo macht man das denn hier immer? Da. Um mir noch ein paar Daten herzustellen. Und die wollte ich dann einfach in die Maschine kloppen hier, weil die richtig viel Erfahrung geben. Genau. So. Alle weg damit. Ist egal. Ich kann uns jede Zeit Leute Steine holen. Da hätten sie auf jeden Fall noch genug. Boah, fast 300. Das ist ja schon nicht schlecht. So. Hebe mal auf die Seeds. Noch mehr Seeds. Noch mehr Seeds. Noch mehr Seeds. Noch mehr Seeds. Ist da hier irgendwie die Seed Sammelplätze oder sowas? Kann das sein. Wenn ich die researche, geht das? Ah, nur drei Stück. Das lohnt sich nicht wirklich. So. Packen wir mal die da rein. Machen wir hier die Kiste auf. Kann ich hier irgendwas wegpacken? Nein. Hier. Nein. Ich brauche unbedingt auch eine neue Kiste. Aha. Hm. Ich brauche mir auch eine neue Kiste. Da. Drei Bretter. Wovor viele Holz haben wir denn? Nicht genug. Nicht genug. Okay. Nicht genug. Schauen wir mal hier den Baum um. Ein paar mehr Bäume umhauen. Das ist gleich schon wieder rum. Mein Gott. Ich bin hier mal die Zeit vergeht. Das ist echt unglaublich. Weiter. Keine Müdigkeit vertäuschen. Ich brauche gleich eine neue Schippe, wie ich das sehe. So. Den da auch noch. Gut, dass hier kein Baum war drum rennt. Der fehlt mir auch noch hier beim Farm von den Bäumen. So. Nehmen wir alles mit. Nicht umhaken. Lass ihn doch stehen. So. 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 Ja klar. Da wird es nachts zu werden. Das machen wir mal gar nichts. So. Werkzeug. Ich brauche eine neue Schaufel. Schaufel. Haben wir ein bisschen Zeit bevor es ganz unkliniert. Ja. Ein bisschen haben wir noch. Ich wollte eh mal probieren, ob die dann wirklich anfängt zu brennen in der Nacht. Soll sie ja. Angeblich. So. Dann können wir noch mal neue Bäume. Wir verhalten uns natürlich trotzdem in der Nähe vom Lagerfall auf, dass wir schnell Holz reinpflanzen können gleich. So. Das haben wir auf jeden Fall genug. Beste 24. Na. Können wir gar nicht alle auf einem Platz legen. Okay. Na komm her du Morse. Kann man dich auch mit einer Schuppe zerteilen. Ist egal. Ich will lieber meine Waffe. So. Und jetzt wollen wir mal gucken was passiert. Ich nehme mal lieber das Holz in die Hand. Es wird dunkel. Es wird sehr dunkel. Es wird sehr dunkel. Ich sehe nichts. Wieso kann ich das nicht da reinpacken? Oh gut, dass ich das Fackelnloch hatte. Alter. Manchmal. Man hat schon gehört, wie das Ding da los ging und ich dann stirbt doch einfach. Ja. Und ich wollte vorsichtig sein. Weißt du? Ja, ja. Das wollte ich vorsichtig sein. Ich kann noch ein bisschen näher kommen, dann seht ihr mich noch ein bisschen größer. Na, 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 na. Na, 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 na. So. Im Orsel haben wir wieder ein bisschen. Ich wollte Bretter herstellen. Das war hier. Ich brauchte drei Stück. Für eine Kiste. Ich glaub schon. Die Kiste ist hier. Ich stelle wir jetzt auch hier irgendwo auf. Perfekt, da können wir jetzt hier irgendeinen Scheiß reinbauen. Bienen zum Beispiel. Hallo, wo willst du hin? So, das geht auch dahin. Das ist hier Flint, ist das okay? Mir hat mal jemand gesagt, ich sollte doch mal was bauen. Hier sowas. Eine B-Box. Ne, eine B-Box wollte ich eh machen. Dafür brauche ich aber 4 Bs. Habe ich hier so 4 Bienen? Habe ich die? Ich habe nur 3 Bienen. Genau, da war das Problem. Ja, da brauche ich erstmal, ich muss also Spinnen töten gehen, damit ich noch ein bisschen Spinnenseite kriege. Davon habe ich mich nur einen. Damit ich mir ein neues Netz bauen kann. Genau. Damit ich ein paar Bienen fangen kann und dann kann ich mich darum kümmern, hier so eine Bienen-Box zu machen. Wo ist er denn jetzt? Wo war er denn? Hier. Was ist das hier? Honeycomb. Ich habe nur normalen Honey. Kann ich das kochen? Wird das dann Honeycomb? Oder ist er schon gekocht? Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? So, da gehe ich jetzt erstmal Spinnen jagen, würde ich sagen. Spinnen jagen. Spinnen jagen ist gut. Da hinten müsste es noch welche geben. Na ja, Laufwerk ist egal. Da wurde mir gesagt, ich sollte mir noch mal eine Rüstung bauen. Ich habe nur keine Ahnung, wo man sich eine Rüstung baut. Also wenn ihr wisst, wie man eine Rüstung baut, schreibt sie unten rein, dann brauche ich mir eine. Ah Mist. So, da hinten sind zu viele Spinnen. Da muss ich aufpassen, dass ich da nicht im Halbdunkel hinrenne. Aber das tue ich ja nicht. Aber diese Raben immer. Samen zu mitnehmen. Danke. Für meine Farmplots. Wenn ich mal wieder zufällig da hochrenne und in die Kacke vorrenne, den Dumm aufsammeln, dann kann ich noch ein paar Farmplots anlegen. Die sind nur ein bisschen weit weg, um da mal regelmäßig hinzugehen. Schon alleine den Weg hier rüber dauert ja ewig. Gib mir die Samen. Oh, noch mehr Samen. Gut. Ja, ja. Rennen wir weiter. Einfach weiter rennen. Einfach weiter rennen. Spinnen gibt es auf der anderen Seite. Jetzt muss ich mal hier so gucken, was ich mache. Mach auf jetzt hier. Wo sind die denn da hinten? Du bist doch schon in der Nähe sein, oder? Ja. Ich hoffe, da komme ich so viel raus. Die sehen anders aus. Da sind ein paar böse bei. Ich habe keine Ahnung, was die machen. Bringen die mich um? Ja. Boah. Ich renne weg. Tschüss. Alter, wie war... Nicht stehen! Scheiße. Seit wann sind da so böse Spinnen drin? Die habe ich ja noch nie gesehen. Alter. Es tut mir leid. 16 Tage, ich bin tot. Ich darf wieder von vorne anfangen. Ja. Retrie. Oh, nein. Nein, nein, nein. Na ja, komm. Ich werde mir jetzt keine Baumfang mehr anlegen. Und auch keine... Ja, war ja auch nicht. Scheiße. Das war echt Mist, war das. Wenn ich das mal so sagen darf. Ich hasse das nicht von euch einfach gut. Aber immerhin, 16 Tage, hey. Wir sind weit gekommen. Und dann greife ich diese Spinnen an. Und die waren... Das waren aber gefährliche Spinnen, die da drin waren, oder? Also die habe ich noch nicht gesehen so. Muss seit dem letzten Update erst da drin sein. Scheiße. Verdammter Mist. Jetzt können wir wieder von vorne anfangen alles zu sammeln. Trotzdem werde ich vielleicht wieder die Spinnen angreifen, wenn ich die ersten Waffen habe. Um mir noch mehr... Um Bienen zu fangen. Nicht mehr, sondern um neue Bienen zu fangen. Um dann erstmal mal einen Bienenstock zu bauen. Ne. Das ist immer noch der Plan. Das werden wir auch immer noch machen. Brauchen wir jetzt halt ein bisschen länger, weil ich erstmal wieder was aufbauen muss. Aber gut. Ist es halt so. Das ist jetzt kein Beinbruch. Wäre du mal weg. So. Mal weiter, weiter, weiter. 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 Werkzeug bauen. Ich brauche auf jeden Fall das. Und ich brauche eine Schippe. Pick-ex können wir uns hinterher noch bauen. Lalalala. Gut. Bär nehmen wir mit. Das ist so die Verpflegung für die erste Nacht sozusagen. Wir brauchen ein bisschen Holz brauchen wir. Stein brauchen wir auch, damit wir vielleicht ein entsprechendes Lager vorher bauen können. Möhren können wir auch gebrauchen. Wir können so vieles gebrauchen. Das ist immer schön, wenn man neu anfängt. Soll ich mich jetzt direkt mit den Spinnen anlegen? Quasi in der ersten Nacht schon. Äh, in der ersten Nacht. Das könnte ich eigentlich tun, ne? Keine Zeit für die oder so. Heißt das doch, heißt doch die Wiese. Ich habe noch keine Waffe. Ich will mit der Axt die Spinnen erledigen. Na komm. Zwei Stück. Das schaffen wir. Toll ist doch nicht. Keine Spinnen oder keine Seite. Eine habe ich. Brauche zwei davon. Они, die Lin kaufen erstellt. Na komm 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 jetzt! Die Spinnen müssen doch gar nicht rein. Keine Spinnen sein. Das ist so. Da muss ich jetzt später noch ein paar Dörfer- und meinen guess dann will ich auf diesem sehr gut das sind auf jeden fall genug netze danke so ist aber schnell hier noch mal flint muss ich noch mal sammeln ein oder zwei paar stücke brauchen wir auch noch haben wir noch zu essen weiß ich nicht komm ein flinten auch schnell ein flint ein flint ein flint ein flint muss so rumliegen sind 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 hier liegt kein film drum da sind